so und damit hallo und herzlich willkommen zum ich will jetzt den drachen kaufen was für drache nein komm ich musste den drachen haben ich hab zwar einen ich hab ja dich du bist ja auch ein drachen aber du bist mein drache ja meine kiste hier ist auch noch was aber ich habe ja keine punkte um irgendetwas zu kaufen ich merke dass meine konzentration was nachlässt weil ich müde werde ja super hatte ich bin der böse drache war hässlich aus aber ich habe ja gesagt dass du das bist grünen gewesen wollte ich nun mal weiß aber der wollte ja auch feuerwehrmann und der wollte feuerwehrmann werden dabei wer war der roter besser weil dies aber da gibt es ganz viele batterien hier deswegen wahrscheinlich auch das batterie zeichen halbaut hat was mal auf das ist und zwar geht das meine ich mit y ja genau aber nur wenn die batterie drin ist ach so wenn man das okay die muss halt haben hat hier links kümmer auch noch du stirbst und ich habe ein bonus level gefunden ja der schlüssel steht da nur das ist kein bonus ja der schlüssel ist doch ein bonus ich bin mir nicht hoch dass man das mal kommt man nicht irgendwie so doch so konnte man wir machen flipper 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 geh mir nicht auf den sack wie kann man denn mal raus irgendwie kann man aus der kugel auch wieder raus gehen ach so warte mal wui war da was zum schlagen aber das bringt ja nichts warte mal ja ich sag ja das bringt ja nichts kannst du mit der kugel dich vielleicht auf mich drauf guck mal wenn man die schütteln kommt der kleine schnee da ist der schlüssel auf hierbei hinter wobei kann ich dich jetzt nicht holen oder was ja jetzt also wir brauchen die kugeln versuch mal irgendwie über mich drüber zu schießen ich hab ja nichts zum schießen ja so wie du das gerade gemacht hast mit anlauf oder so ja nee das muss irgendwie anders gehen stell dich mal so ein bisschen davor aber ein bisschen mit abstand geht auch nicht kann ich dich da in die ecke drängen warte mal wir müssen einmal da hochkommen ich denke mal das ist das problem nee echt ich hab schon gedacht dass wir hier eingesaugt werden müssen oder so kann man da rausgehen mit der kugel? nee mit kugel nicht scheiße scheiße oder müssen wir die batterie holen und da rein kann man mit der batterie reingehen weil ich das weisse dass wir eine mitbringen probieren weil da hinten ist ja direkt schon in der nähe ist ja eine obwohl nee warte mal damit doch das zeigt wahrscheinlich ach guck mal das zeigt wahrscheinlich an dass wir das auch da machen sollen dass das jetzt auch geht hier und dann nehmen wir die batterie von da unten mit nee jetzt geh aber nicht da rein aber die batterie ist dann weg aber die wäre dann weg die brauchen wir da die musst du da rein machen was mach ich denn jetzt? nicht wegwerfen nicht wegwerfen ja ja aber was mach ich jetzt? abgeben ablegen ja so irgendwie nicht ja mach's besser hab ich mal? ich steh hier nur damit die nicht runterfällt ja so kannst du es nicht oder? doch macht er doch was war das denn gerade? Problem ist man kriegt sie ja auch nicht wieder raus ne? das heißt wir müssen die wahrscheinlich schon da unten hier vorne war noch eine warte mal hier drüben war auch noch eine nee hier auf der doch hier irgendwas war hier oder? ja noch so ein Level-Ding aber wir müssen das ja überall lass uns mal hier reingucken einfach mal ist das das gleiche? ne da gibt's den Feldbuschel den Feldbuschel den Puschelbär den kann man nehmen und dann warte mal muss der da rüber? oh das sind die Dinger scheiße ach du brauchst den da drüben ach so ein Beschweren oder? ja oh Gott das soll ich aber nicht wegwerfen ich kann nicht mehr sehen nein ne? kannst du den da draufwerfen? ja will ich ja aber ich sehe ihn nicht mehr komm mal wieder zurück ja jetzt bin ich tot ne 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 da kommst du hin da ist er aber ich bin tot ja wo bist du? ach so ich bin eh tot ich bin runtergefallen oder? ne doch also der muss mit rübergenommen werden das war ja wieder klar ok ich gehe nochmal hier ah naja kommt wieder ok ne oder lass ihn mal da vielleicht brauchen wir den ja gar nicht mitnehmen wenn du mitkommst was war da drüben? glaub ich nicht da bleib ich hier und du gehst weiter genau und du holst die Batterie ach scheiße wir müssen den da hinten bringen ach du scheiße das wird doch überhaupt nix ein Leben hast du noch ich wollte dich ja grad hauen aber warum? ich hab nix gemacht warte 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 bis sie wieder hochkommen na ach so man kann ja mit denen nicht springen ne dann sollst du den eigentlich rüberwerfen aber ist ok ja aber dann musst du da vorne du musst den dann holen also du musst schon da rüber gehen und musst den dann holen ich muss dich erstmal holen warte mal ja ja ich werfe den dann auf die Plattform auf die jetzt soll ich nicht drüber werfen? nein ich kann besser werfen naja aber genau deswegen danke vielen Dank also was hast du denn? musstest du mich jetzt da runter stoßen? ich hab dich nicht gestoßen guck mal jetzt dreht sich der dreht sich ja der kommt wieder Achtung Aua das war der jetzt geh du weg schon mal ne du musst das erstmal in den Mund nehmen wollte ich grad sagen ach du willst den mitnehmen ne du musst aber schon drüben sein oder? jetzt mach schnell ja hier da ist er nimm ihn nein ich kann ihn nicht nehmen nerf ihn deswegen solltest du ja auch da sein und ich mach den ersten Wurf ah ja ok dann machen wir das ich komm mit Stress nicht klar nimm ihn erstmal warte warte ich spreche rüber ja werf 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 lauf du sollst nein hä wieso ist der jetzt da runter gefallen nochmal du sollst den werfen achso du bist nicht da hab ich ja scheiße er war nicht richtig lalalala Abba achso ne ich wollte so nein doch nein nicht drauf springen oh man ich mach das zu schnell ich hab eigentlich genug Zeit die nachfolgenden Level werden sich um einige Stunden verschieben vor allen Dingen es gibt 5 Schlüssel wenn wir schon bei 2 so rumkasparen hier weil wir es nicht hinkriegen irgendwie werf dir mal mehr ich mach das wunderbar pass auf ja du stehst ja genau da ja pass auf oh ne ne ok komm nochmal zurück aua warte mal warte wenn die alle wieder da sind erstmal alles da ja jetzt nein jetzt sind denn doch kann ich doch nicht du musst den rüber werfen oh nein lauf weiter lauf weiter nein du musst doch auch mitkommen Mann deshalb seh ich nichts mehr es war zu spät deswegen bin ich ja rüber gelaufen aber dann bist du ja abgekackt dann ist der wieder auf mich übergeschwenkt also du musst wenn ich das Ding da hinten hab musst du schon auf die Plattform kann ich nicht weil dann die Plattform weg ist danke das ist nicht schlimm ja ja oh ja toll jetzt bin ich da drüben aber das Ding ist weg warte 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 ich komme wieder zurück warte 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 nein oh komm ich hab den so gut geworfen ja der war gut geworfen ja war ja auch schneller wird es gehen wenn du auch also wenn du auch runter springst einfach stirbst weil dann sind wir nämlich beide wieder da ja aber dann sind meine Punkte ja weg das will ich ja nicht die gehen überhaupt nicht weg jetzt müssen wir die da oh ihr wollt mich jetzt nein aber die muss doch wieder kommen ne ich gehe mir schon mal mach du das oh Gott ja danke dass du mir jetzt den ganzen Weg versaut ja ich mach dir schon mal das Ding runter so kannst du einfach runter gehen wenn die wieder da sind geh einfach da durch einfach vor allen Dingen ja jetzt hast du das schon gesehen ja du machst das gut du machst das gut warte mal wie machen wir das jetzt spring mal drauf ja aber wenn ich drauf springe ist es rot du musst die werfen die Batterie du kannst sie nicht darüber sondern ja aber aktiviert sich dann nichts wie hier oder war das erst aktiviert ne ne wenn du die Batterie wirfst ist es auch aktiv aber ich muss auch schon rüber springen pass mal auf dann ich springe jetzt und wirf oh nein du darfst nicht sterben nein dann halten müssen wir komplett von vorne wieder ja ich bin extra für dich jetzt nach links nein sie ist da sie ist da wehe du machst jetzt irgendwas falsches vorsichtig nehmen nicht loslassen nicht loslassen und dann tue ich die hier von hier da warte mal so nein das ging doch eben so gut aua das war falsch ziehste boah ey aua boah das hat mich jetzt wieder 10 Jahre gekostet und du behauptest immer Nils und ich haben dir die grauen Haare ja ihr seid noch schlimmer boah ey so wie kriegen wir das andere jetzt hin irgendwas machen wir falsch mit diesen Kugeln ich würde sagen wir machen erstmal eins der anderen oder ne aber da kommen wir nicht mehr hin oder wir haben doch die als ach so doch wir brauchen ja noch drei ja ja aber wenn jetzt alle so bescheiden sind wie das hier warte mal wie kommen wir da oben den Typ brauchen wir wie kommen wir da hin aber nicht wenn die Leser da sind oh dein Ernst jetzt ja das war mein Fehler ich hab zu früh gedrückt wirf du ab und dann ja ach ja das ist das mit dem Licht wegwerfen ach so nein 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 nicht wegwerfen du musst das holen jetzt oh und jetzt ja eigentlich musst du oben mit danke ich hab nichts gemacht doch du hast gerade das Licht weggeworfen das Licht habe ich in der Hand gehabt hau mich mal nach oben nicht hauen werfen oh das war knapp du musst runterkommen dafür musst du das loslassen nein komm mit ach so ja mach warte lass mich die holen ja komm nein ach so beim springen geht das weg oh ja das ist ja scheiße warte du darfst nicht springen ich muss springen nein du musst da durchgehen wenn ich sag springen dann guck ja nee das geht aber du hast aber nicht gesagt springen nein ich muss ich muss mit dem Ding nach unten gehen sonst geht ach kann ich nicht oh ich du musst sagen wenn du springst ja ich kann damit nicht runtergehen nein du musst sagen wenn du springst warte oh ja jetzt ist ja egal im Moment noch nee noch nicht raufgehen noch nicht raufgehen mach doch den ersten jetzt schnell jetzt geht er rein geht er nein oh bin ich eigentlich zum blöden Ding hängen geblieben beziehst du lieber oben oder unten das ist mir egal warte 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 komm komm warte oder so ich bin da drin du kannst erst mal rüber gehen spring spring geh da rein geh da rein geh da rein ja geht 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 warte warte das geht nicht so weit bleib mal da kann ich nicht jetzt geh weiter geh weiter ich geh ich bin weg spring lass dich lass das Ding los äh äh okay hallo wieso gehst du jetzt nicht hier runter kann ich nicht kann ich erst wenn ich tot bin hä aber wie kriegen wir dann die Batterie hier rüber äh wie wie kriegst du die da durch das ist eine gute Frage ich vermute mal alleine geht's aber oben ist ja nichts gewesen ja auch mit dem Lichtding nee du brauchst das das Lichtding ach warte mal oder geht das weg wenn ich da mit dem Lichtding stehe ja ja das ging weg ich hab's gesehen oh ne okay wir müssen eh nochmal anfangen boah das ist doch Mist ich kann aber in der Ecke nicht stehen bleiben nee du sollst ja auch springen du brauchst nicht stehen beim oh das war genau warte lass das erst vorbeigehen warte 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 spring jetzt rüber ja ich bin sicher safe warte erstmal warte erstmal bleib da bleib geh ein Stück vor ja ich bin safe so warte warte mal jetzt müssen wir da mal gucken geh mit geh mit geh mit kannst du wieder weggehen kannst du wieder weggehen warte 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 nein lass mich springen oh jetzt schnell 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 rein 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 ja jetzt musst du den anderen machen oh fuck oh fuck ja 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 nein warum gehst du jetzt raus ja weil ich da rüber wollte warum gehst du wieder zurück ich sag extra warte ja aber du hättest doch nicht zurückgehen brauchen musst schon hören was ich sage rein 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 warte warte okay kann ich rüber 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 aber die batterie ist achso ich muss hoch ja doch die kann nicht weggehen normalerweise warte 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 nein noch nicht noch nicht jetzt schnell mitgehen mit gehen mit gehen und da rein da rein da rein warte 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 schnell mit 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 komm 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 ich komme jetzt aber nicht durch wenn ich das eben kaputt machen wir haben für eine aufgabe jetzt so lange gebraucht zwei aufgaben wie für andere levels aber ich glaube dann kommt hier sonstiges mehr viel anderes du das hier aber die zwei davon ja aber wo kriegen wir dann die warte mal hier ist nur 1 das ist das erstmal machen das war das andere was wir nicht mehr und und das komische mit den kugeln ist alles so ja die kugeln ach du schon jetzt schon keine lust mehr ich muss dich wahrscheinlich nach oben werfen erst mal warum ist ja gut ach so ist auch wieder so ein ding oder willst du dass wir machen das ist nicht so ein ding ist mal nein wo das war nichts jetzt schon ach nee das wie war das muss man da drauf springen wie komme ich dann noch mal runter jetzt so ok ist die andere seite ich kann aber nicht mehr drüber gehen ja warte mal bleibt da sonst gehst du ja das hätte ich aber nicht mal aber ich komme nicht mehr dahin ich bin tot müsste mich sterben lassen weil ich komme nicht mal ich hätte gleich weiter springen noch mal springen und dann macht das was denn ja springen macht das raus ich ach so jetzt machst du denn wie das jetzt nicht mehr schnell 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 und da rein ich komme da nicht hin ja aber ich kann ja nicht mitkommen nein du musst nicht mitkommen ach da oben kannst du ach ja mach doch mal ja ich weiß wie es geht weiß wie es geht ich weiß wie es geht also willst du oben oder so ich oben kannst du auch machen ja komm hol dir das ding schnell runter wieso kann man da nicht einfach runter ja aber es hat ist ich würde ich hab sie jetzt wo du hattest sie hatte so also aber wie kommt man wieder zurück aber warte mal wie kommt man aber du musst du darfst nicht runter springen du musst nur die du darfst du die batterie runter werfen ich muss die holen und dann musst du oben wieder die die an dich um wir machen das jetzt ich bin auf den aal gesprungen was das auch immer sein soll können wir das noch mal überlegen den ganzen kram hier zu machen ich will ins pet oh nein ich weiß noch nicht drauf eingestellt weil das ding gerade kam ein bisschen zu spät jetzt nein das passt alles jetzt ja gehen wir zurück ja ja ich will mich nicht kaputt machen lassen jetzt 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 nein ich bin nicht gesprungen ich bin ich muss da springen du kannst ja das kleine bisschen in der mitte ja ein bisschen ich kann auch über den aal springen das geht oder ich muss die batterie werfen aber ich glaube es kann auch über den aal springen ja ich denke eher dass du springen ist immer gut wenn man über den aal springt ja bestimmt okay das sind wir noch mal schon ein bisschen springen dabei so ja 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 willst du mal da drauf springen guck mal ich hab schön doof geguckt ne du willst ja nur was trinken das habe ich genau gehört ja so wie immer ja ich durfte die ganze zeit nichts trinken ja oh gott aber ich verstehe das eh mit der kugel noch nicht da muss irgendein trick bei sein so da ja aber ich meine wir haben das mal hinbekommen dass wir mit den kugeln mal übernommen gewesen du kannst doch hüpfen oder nicht nee oder so ein bisschen ich weiß dass wir das mal hingekriegt haben wir machen das jetzt eine halbe stunde und schneiden das zusammen weil es sonst zu langweilig wird warte warte wie geht man hier noch mal raus bleibt mal stehen wir sind zu dem aber ich habe jetzt schon mal weg gemacht oder das meiste ich glaube ich muss noch mal dahin mit den kugeln wegen dem einmal stehen bleiben würde es könnte ich nicht so weit so jetzt kommen wir da hoch und machen wir aber wie kannst du die dinge noch mal anmachen ich glaube indem du einfach da vorbei gehst ach ja genau du musst dich noch mal hier hoch wer pass auf ja aber wie komme ich da hin warte 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 ganz kommen klappt ja super mit der akrobatik hier was auch dahinten ja 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 ich weiß oh nein ich war zu schnell oh ey ist das nicht dein ernst jetzt oder jetzt bin ich tot und bin da vorne wieder kannst du da runter irgendwie jetzt mach mal y ich bin schon tot ach so ja aber die frage ist sind die jetzt weg oder kommt das dann wieder weil meistens bleibt das ja so weg nee die dinger müssten weg sein die da oben weg sind aber einen müssen wir noch mal machen hier ist ja auch weg ja ich nehme mich einfach mal mit ja aua nein okay ich komme nochmal wieder kann man da nochmal raus ach so ist okay ne du brauchst ja nicht raus du brauchst mich ja nur zu holen aua was war das gerade du musst auch schon da rüber springen du hast mich da ne du musst näher rangehen ja du bist doch die ganze zeit da drüber ach hier ist das Ding hier muss ich rüber okay ja ich warte muss ich jetzt wieder hier an diesen Dingern pass auf ja und bleib ja ich bleib erstmal auf der anderen Seite oh die Batterie pass auf pass auf äh komm mal mit die Batterie musst du mal nehmen kommst du da hoch ja kommst du da hoch nimm mal die und schmeiß die da runter nö nö ey du Arsch sag mal wenn ich das nochmal machen muss mit dir ne komm das war jetzt total easy die ganze wir hätten vorhin ja wahrscheinlich so ja willst du nicht mach oder mach aua du hast mich weggedrängt du blöder Penner komm du wolltest nur die Dinger einsammeln damit du mehr Punkte hast wie ich ne habe ich ja nicht oh Gott boah ich bin nass geschwitzt gerade ey ey frag mich mal du weißt wenn ich hier die Tür zu machen was ich ja abends machen muss damit es nicht zu laut ist ne wegen ihr äh bin ich hier auch nass geschwitzt nein ich dachte das wäre das Ende komm mal hier komm mal mit dann können wir da hoch springen ja aber wir müssen äh ja muss mich da oben nochmal weh ach das ist das Ende okay oh bin alleiniger Sieger nein doch nicht aua aber der der Drache war cool der hat auch Feuer gespeit hast du das gesehen? ne du bist so ein Lutscher Drache nein das ist ein roter Drache das ist der Gute da guck mal jetzt toll toll nicht mit mir hier nicht mit mir blöde blöde Tante aber wir haben wir haben keinen von den Dinger gekriegt ne oh wie kriegst du die denn? diese Kugel ich fall hier echt vom Glauben ab so kommen wir natürlich nicht auf 160 aber wir haben ja diesen Bonus diesen einen Level da noch diesen komischen den du so gerne machst immer auf Zeit da diese ich liebe sie ja ich kann mich nicht mehr bewegen mal wieder nicht aber ich werde trotzdem die Zeit mal nutzen um schon mal abzumoderieren weil ich befürchte das läuft eh darauf hinaus dass wir noch eine Folge machen und danach dann erstmal mal gucken wo wir überhaupt noch die Kugeln hier bekommen ich würde sagen wir machen den Level noch und machen den Bonus Level mit der Teekanne noch und dann gucken wir erstmal wie wir klarkommen oder? ja die müssen wir ja sowieso vorher machen das ist klar aber ich meine wenn du jetzt hier die 5 bekommst da weiß ich gar nicht bekommst du doch blaue bei ich bin mir jetzt grad nicht sicher wo? aber wenn du jetzt nur von den 5 sag ich mal hier aus gehst selbst wenn wir alle 5 kriegen haben wir ja 152 ja reicht ja nicht das meine ich damit und ich weiß nicht ob wir hier jetzt noch was kriegen können nein das ist der Bonus Level für diese Glocken aber unten du bist doch bei dem Zeit Level vorbeigegangen den können wir auch noch machen was für ein Zeit Level wenn du runter gehst da links ein Stück weiter da oben gehen das ist äh ach so ja die Strickritterprüfung meinst du ja und da kriegen wir doch auch immer was oder nicht ach so ich kann ja gar nicht springen hierbei ja also da müssen wir wirklich mal gucken haben wir ja doch das Partnerschaftslevel haben wir schon gemacht ja haben wir wir sind nicht sehr partnerschaftlich deswegen haben wir auch nur eine Kugel da drin und zwei super ja 50 50 ja hab du mich immer schlägt 50 50 ja hab du mich immer schlägt ich sag ja wir sind nicht sehr partnerschaftsmäßig ne was hab ich gesagt partnerschaftlich so das liegt halt daran dass der EP einen immer schlägt ich meine man hat es ja gerade auch schon wieder gesehen ich muss mich dann immer rächen und das geht dann immer so weiter aber wie gesagt äh wir sind beide total schwitzig total müde und es ist extrem spät wenn ich so auf die Uhr gucke das heißt wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und verzweifeln dann in der nächsten Folge weiter genau bis zur nächsten Folge Ciao bis dann Ciao was machst du da reiß dich ein und dann freis ich dich auf Aua Böser guck mal wie sie da guckt vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest darfst du mich auch gerne abonnieren dann 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 ja